hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnite daily shop news mit mir im englisch ja wir schauen jetzt erst mal ganz kurz in die kommentare da und jetzt müsste das da genau der erste kommentar oder der einzige kommentar von master mac frost wing ist ragnarok gleiter ja das habe ich dann im nachhinein auch muss ich zu meiner schande gestehen festgestellt ich war halt so überrascht von diesem gleiter dass ich das gar nicht so richtig drumherum alles mitbekommen aber man mag es mir verzeihen ja okay also jetzt schauen wir mal rein hier in den aktuellen item shop von heute und da haben wir sie da haben wir sie mega also ist wirklich auch mega geil ja die wahl küre ein hammer skin sieht richtig richtig geil aus ja und epic games muss ich echt sagen ihr macht uns momentan echt nicht leicht also es kommen so viele mega geile mega kranke skins emotes gleiter und so weiter und sofort rein da muss man ja extra feuchter gehen hier allein diese animation da oben bei den augen da hinten diese flügel es ist einfach nur krank ist einfach nur krank das teil mega mega nice glatte 10 von 10 so dann nach wie vor der herr sofort hatten sich jetzt geholt schon der frost wing gleiter und haben wir auch dazu ein gameplay video wie der herr sofort ein also ich wollte den mal sehen nachdem er sich den geholt hat und dann hat er mal eine runde solo reingehauen wo ich da all der falle das müssen wir gleich das müssen wir gleich noch mal die wiederholung speichern und dann auch noch mal hier zeigen da könnt ihr mal sehen da hat er öhenrausch gespielt und dann kam natürlich dieser frost wing gleiter diverse male zum einsatz das ding ist das ist alles ich bin immer noch am überlegen wir haben zwei tage zeit immer noch am überlegen delorean oder frost wing also ich habe den delorean er sofort hat den frost wing wir sollten mal vielleicht einfach mal ein video zusammen machen wo wir mit beiden gleitern die beiden gleitern irgendwo landen alles ding ist echt geil also gut hat mich natürlich dann er sofort auch wieder ein stück weit getriggert was er gemeint hat hier delorean ist doch zurück in die zukunft wenn du kannst den delorean nicht einfach wieder zurückgeben für den frost winkt das geht nicht das ist jetzt gemein aber gut also nach wie vor 12 von 10 sondern haben wir hier den brawler und sorry das ist der gefällt mir ganz und gar nicht marine style armee skin schlicht und einfach gehalten in einem marine dunkelblau ja zwei von zehn so und dann wird es noch mal viel schlimmer 0 von 10 für tower recon specialist also das ist auch nichts jetzt wird es allerdings cool jetzt wird es allerdings cool da freue ich mich schon drauf so jetzt muss man gucken dass hier auch was bei rauskommt mit den maracas mega 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 nice emote gerade für mich als jemand der damals gerne salsa getanzt hat ja da kommt schon wieder mal blut in ballon mega geil shake it up feel the rhythm und ich fühle ich fühle ich fühle den rhythmus hammergeil so kriegt von mir eine glatte 10 von 10 mega nice das ding finde ich richtig gut und jetzt kommt das nächste was auch ich habe schon mal einem anderen video erklärt woher kapuera kommt und was das ist eine tanzkampf kunst mega nice sehr cool habe ich auch mal damals angefangen zu lernen geile sache mega nice aber geben wir eine also nicht ganz so viel geben wir jetzt hier 8 und 10 und dann kommen wir zum nächsten tactical spate das ist ja nicht ganz wirklich so prickelnd toll schön tactical spate ja was soll ich darauf geben der taktische klappsparten immer den klappsparten griffbereit haben ich damals bei der bundeswehr auch gesagt bekommen ja aber sorry so toll ist nicht aber ein bisschen der rost effekt na ja immer drei von zehn da drauf so das war es jetzt hier vom heutigen daily shop video bei uns hier auf dem kanal sofort und gleich heute kommt noch ein fortnight action video wie gesagt der frost wing in action vom herrn sofort gespielt in eine solo höhenrausch gameplay geschichte ja wenn es euch gefallen hat dann lasst mal ein like da daumen hoch wäre cool thumbs up abonniert den kanal falls jetzt noch nicht getan haben solltet das glöckchen können der auch gleich noch mit leuten da freue ich mich kommentiert fleißig ich freue mich über jeden kommentar von euch und schaltet es das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt fortnight news mit mir dem herrn gleich oder fortnight action mit dem herrn sofort macht's gut bis dann und tschüss das nächste mal wieder